Denn was ist das für ein Freistaat, den man uns großzügig eingeräumt hat? Wie die Laust in den Pelz hat man uns die Polen ins Hafengebiet auf die Westerplatte gesetzt. Und mitten in unsere geliebte Altstadt hat man uns eine polnische Post beschert. Wir danken für diese Bescherung. Wir Deutschen hatten schon eine Post, als sich der Pole noch nichts in Briefen zu sagen hatte. Dem haben wir doch das Reiben beigebracht. Doch nun, liebe Parteigenossen und Parteigenossinnen, wollen wir unseren Gast aus dem Reich, den uns der Führer geschickt hat, begrüßen. Soeben betritt der Parteigenosse Albert Forster das Kundgebungsgelände. Sieg! Heil! Sieg! Heil! Sieg! Heil! 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 Musik 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 Musik